Du brauchst keinen CTA. Der Begriff ist dir hier sicherlich schon mal begegnet, bedeutet Call to Action. Das heißt, viele Menschen sagen, du solltest am Ende deines Videos oder deines anderen Postings oder was auch immer, den Leuten erklären, was sie dann zu tun haben. Sie sollen das Video liken, sie sollen die anderen Videos anschauen, deinen Kanal abonnieren, dein Profil anschauen, in deiner Bio nachgucken, was auch immer. Ja, im Zweifel dein E-Book kaufen und sonst noch was. Und ich bin der Meinung, das solltest du nicht tun. Wenn dein Video gut genug ist, dann sind all die Plattformen so gestaltet, dass man ganz leicht mehr Videos von dir sieht, dein Profil sieht, dein Profil abonnieren kann und auch andere Dinge von dir angezeigt bekommt. Du musst nicht darauf hinweisen, dass es diese Option gibt, sondern die Plattformen sind so gemacht. Konzentrier dich lieber darauf, noch bessere Videos zu machen.